In diesem Modul geht es um das Zeichnen mit unserem Plotter. Ich habe mir dazu den Standardstiftehalter schon vorbereitet und auch die Standardstifte, die bei mir beim Zubehör mit dabei waren. Wir schauen uns in diesem Modul an, welche Möglichkeiten wir hier haben zu zeichnen und auch unsere Formen füllen zu lassen, die wir uns auf die Matte legen. Ich zeige euch jetzt, wie man diesen Stift vorbereitet, den Stift hineinsteckt und in den nächsten Videos sehen wir uns an, wie das dann genau mit dem Plotter funktioniert und welche Einstellungen wir vornehmen müssen. Hier beim Standardstiftehalter seht ihr, wenn man den umdreht, ist hier so ein, ich weiß nicht, auf der Seite sind zwei Sorillen und da ist eben so eine Art Knopf und wenn man hier hinauf drückt, dann öffnet sich hier der Stiftehalter und wir können hier den Stift einsetzen. Dazu habe ich jetzt auch schon einen meiner Stifte ausgewählt und öffne die Kappe und stecke nun den Stift ganz einfach in diesen Halter hinein und schließe hier die Verschlusskappe oben. Und die Verschlusskappe vom Stift selbst, damit ich diese nicht verliere, die kann ich noch hier oben einfach einsetzen und das Ganze dann auch schon in meinen Plotter hineingeben. Wie gesagt, im nächsten Video schauen wir uns das an. Wir werden uns eine einfache Form auf die Matte legen und das Ganze auf Kartonpapier malen lassen in verschiedenen Varianten. Und nachdem wir das mit der Standardstiftehalterung angesehen haben, wird das Video danach dann auch noch auf den Universalstiftehalter eingehen, wo dann auch andere Stifte zu nutzen sind und nicht nur die Standardstifte, die Brother selbst verkauft.